Da steht aber nichts drin. Was willst du jetzt von mir? Wie fährst du? Da. Danke. Gibt es jetzt hier noch ein Crafting-Table? Was soll das denn für ein Mist? Nein, den habe ich aus der Ecke rausgeholt. Warum? Als ich die Nahrungstins gemacht habe, damit ich nicht mal hin und her laufen muss. Ah, wird alles kaputt. Ja, stell doch wieder da rein, meine Güte. Ja, jetzt bleibt er da. Niemals! Niemals! So, wie geht das, ne? Gib mir das mal einfach her. Das brauchen wir auch nicht. Gib mir das. Die spinnen sehen ja cool aus mit der Sauerstoffmaske. Ja. Gib mir das. Danke. So, muss ich mal überlegen. Den bräuchte ich ja eigentlich gar nicht als Puffer dazwischenstellen. Ah. Ja, du hast mir eine PN geschrieben und zwar die PN, das kannst du mal deine PNs schauen. Das ist die einzige PN, die du mir geschrieben hast. Na, das ist doch schon mal was. Eine andere PN sehe ich nicht. Du hast die einzig PN, die ich habe. Das ist schon jetzt hin. So. Okay, dafür müssen wir erst mal das herstellen. Hast du noch meinen Hammer? Ähm. Du nicht. Ich habe noch einen Hammer, weil ich... ...weil es du brauchst. Und ich meine, ich die Sunny, die bist du meinen noch haben. Sunny? 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 Sunny, Hammer. Hammer. Ach da. Ganz schwer, nicht reden hier. Unglaublich. Ja, weil ich mich gerade wegschmeiße vor Husten. Ach so. Ist ja irgendwie doof, ne? Was war jetzt? Ich brauche... Wofür mache ich jetzt eigentlich Gold? Ich brauche kein Gold. So, haben wir schon mal. Aber das kann man ja trotzdem brennen. Ist ja egal. Brauchen wir später noch. Das kommt da wieder dran. Dein heiliges Sieb ist gerade umgebaut worden, Nina. Also ne, das war jetzt mal schon umgebaut. Daraus ist das Automatik-Sieb geworden. Das hat die Story letztes Mal schon gemacht. Genau. Ich habe dich automatisiert. Wie hättest du denn gerne... Was machst du denn jetzt hier? Soll die Siebe da so in der Luft hängen bleiben? Ne, das wird jetzt alles verschoben, dass die Siebe alle später nebeneinander kommen. Packst du erstmal in die Kiste. Ne, ich will jetzt wissen, wo die hin soll. Ich packe die dann da hin. Damit ich sie dann wieder abreiße? Sie kommen dahin, wo noch ne Wand steht. Ich packe sie dir hier in die Kiste, okay? Ach, jetzt doch plötzlich. Okay. Ich habe erstmal nur zwei mehr. Mehr Fäden habe ich noch nicht von Madame Sunny bekommen. Na, das ist doch schon mal ein Anfang. So. Ah, Nina. Ich habe Privatnachrichten, aber nichts, was... Also ich habe nur die einzige Privatnachrichten von Debikas ist, kannst du mal in den PNs schauen? Ah. Das ist die einzige Privatnachricht, die ich habe. Die andere vielleicht nicht abgeschickt. Ja. So. Wer wird hier gevögelt? Was ist los? Ihr seid ja ekelhaft. So. Der Nightbot macht übrigens nur seine Arbeit. Eben. Gevögelt? Das ist seine Arbeit? Der Nightbot vögelt. Was? Ja, das habe ich jetzt so verstanden. Ich auch. Wieso speichert es die Unangekriege bei dir keinen Strom? Warum kommt dir keinen Strom an? Wird wahrscheinlich alles vorher schon abgefangen, oder? Ja, siebmäßig. Ich glaube, die Leitung könnte einfach zu wenig. Entschuldigung. Weil ich habe ja oben fünf Generatoren stehen, die ja viel schneller sind. Pass auf, wir haben doch noch eine Kapazitäterbank, ne? Ich habe gerade eine rausgehebt. Ich habe gerade eine geklaut. Ich mache jetzt die oben weg. Jetzt hier die volle. Hallo Leon Palle, ich grüße dich. Was? Oh, 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 sauber. Atmen, Luft. Äh, au. So, da hast du noch ein bisschen Strom jetzt. Jetzt ist die Nina unnötig, wo ihr automatische Sieber habt. Ach Quatsch, Nina. Aber du warst letztes Mal nicht da, wir mussten irgendwie Abhilfe schaffen. Das wollte, Nina, dein Sieb wollte immer schon, wenn es groß ist, ein automatisches Sieb werden. Genau. So, wieso kriegen wir eigentlich kein Redstone mehr raus? Wahrscheinlich sieben wir das Falsche, ne? Moonturf brauchen wir, aber bin ich auch schon, ist schon im Sieb drinne. Da gibt es dann später halt ein Extrasieb, der extra so für Moonturf und sowas dafür da ist. Was ist denn das hier oben? Was? Käse, Ori, okay. Ja, da habe ich voll geredet. Ja, ja, ja. Nina, echt mal. Hast du. So, jetzt muss da... Natürlich nicht. Das wäre zu einfach. Ich muss mal nachdenken. Oh, oh. Sturi muss nachdenken, stell weg. Ich habe hier übrigens Pfeile, falls dich das interessiert. Was hast du? Pfeile. Bevor was explodiert, ich muss weg, Sturi, denk nach. Vielleicht werde ich gehauen. Nein, für sowas habe ich gar keine Zeit. Ich auch nicht. Alex, wo bist du? Ganz weit unten. Wow, far away. Ja. Ich habe nämlich noch 64 Spinnenfäden. Oh, das ist sehr gut. Packst du mir in ganz oben in die Kiste mit den Ärzten. Da gehe ich eh gleich hin. Und für mich da das Doppelte an Maden, ne? Pappe, du... Krass. ...binst. Oh nein, du... Ich danke dir für deine Donation. Ja, ich habe... Oh, jetzt muss ich eine lange Nachricht jetzt. Ich sehe von Dibi gerade eine riesenlange Nachricht. Ach, jetzt hat das dir nochmal geflüstert, sagt er gerade. Ja. What the fuck? Zum Glück kann man Flüsternachrichten mittlerweile auch nachlesen. Danke dir auf alle Fälle. Ach, dann waren das die Flüsternachrichten und keine PN. Ich bin alle... Wenn du die im Chat siehst, beziehungsweise ein extra Tab aufgeht, neben dem Chat, dann sind das Flüsternachrichten. Okay. Wenn du wirklich in deine PNs gucken willst, dann musst du links auf Nachrichten klicken. Dann war das der Fehler. Ich sage da nichts mehr zu. Echt, Habe. Es ist... Wie, Habe es da? Was, Habe? Bei mir ist er nicht. So ein Spast. Er hat ihm gerade eine Donation hinterlassen. So ein Spast. Bei mir ist er nicht. Habe, hörst du dir an? Hörst du dir an? Ja, ich habe heute... Ich bin auch heute ziemlich modlos unterwegs. Schäm dich, Habe. Ich weiß aber, warum er das gemacht hat. Weil bei mir steht nämlich in der Donation, das ist für Kaffeekippen und Striptease-Tänzer. Ich glaube, er hat es auf die Striptease-Tänzer abgesehen. Debi, das ist ja nett von dir. Heute ist aber das Handy dabei. Vielleicht beim nächsten Mal. So, um solche PN zu beantworten. Jetzt haben wir das schon mal. Du hast mir hier oben die Dinger reingetast. Ist da wieder raus. Beinahe hätte ich jetzt. Mann, Mann, Mann. Beinahe. Einmal mit Studenten arbeiten, was? Ne. Mit Profis ist das doch, ne? Die gehen. Ja. Sieben. Ach. Dann gleich wieder da. Habe ich noch eine Kiste? Ich habe noch eine Kiste, Gott sei Dank. Was macht man nicht mit mir? Das ist nicht irgendwas hier. Ach, sei schon. Jetzt habe ich es. Ja, Debi, kannst du dann vielleicht danach die Woche. Wir machen das öfter hier. Oder, Sturi? Nein. Das war der letzte Tag. Aber, ja, das gehört. Ist das letzte Tag. Danach ist das Ende. Frauen soll man ja immer glauben. Weil dann geht es ja Richtung Mars auch demnächst jetzt weiter, ne? Wir haben ja überhaupt nichts in die Richtung gemacht. Wir haben auch kein Öl und nichts. Aber, ja. Geh mal Richtung Mars. War ich das Richtige angeschlossen? Ja. Was ist mit mir? Geht da jetzt irgendwas drin oder warum wird das nicht da rausgezogen? Kann ich dir nicht sagen. Nur mein Name gehört. Was dir will. Mit deinem Namen hat keiner was gesagt. So. Habe ich da jetzt irgendwas vergessen bei der Transfer? DebiCast, reiß dich am Riemen bitte. Danke. Ach, ist von unten. Bisschen gespammt, ja. Richtig, die muss ja von unten. Ach, ich muss halt da runter. Wir machen ja im Moment immer noch Rohstoffbeschaffung hier. Hier, dann kann ich die doch auch daneben setzen. Scheiße, geht gar nicht. Ja, dann führst du es da auch von unten. Wir müssen glaube ich unser Stromkabel updaten. Was machst du denn da hinten? Ich verbessere das Ganze. Ja, aber du gehst viel zu weit weg von den Stromleitungen. Wir brauchen hinterher bessere Kabel. Die müssen umso kürzer, umso besser. Das ist das, was alles gar keinen Strom braucht. Ich meine, da sollen wir irgendwo die Siebe irgendwo hinstellen mit hinterher. Ja, die bleiben auch hier weiter stehen. Die werden hier alle in einer Reihe brav hingestellt. Gerade hast du gesagt, die kommen da hin, wo noch eine Wand ist. Kannst du dich auch nicht entscheiden. Ich muss dir irgendwas sagen, damit du es in die Kiste legst. Oh, du hast ja noch ein halbes Herz. Böse, böse Falle. Ich habe es gerade gesehen, als ich gehauen habe. Juri? Ja? Geh weg. Ich muss hier gerade lang durch Purenzufallen. Achso, na gut, dann mach das. Ja. Mach das, du wolltest da hoch, ne? Ja, ich wollte jetzt die Kiste. Ja, ja, geh. Geh mal, geh mal zur Kiste. So. Ich habe Angst vor ihr. Du hast doch überlebt. Ich wusste nicht, dass du so ein Loh schon bist. Das hätte man gerne so. Essen, essen, da. Überlegst du mal, wer gehört? Ich mache mir jetzt einen Hugo auf. Prösterchen. Prösterchen. Ich kann jemanden uminieren, kommt wer mit. Ne, danke. Oh, heute nicht. Ich hatte heute schon dreimal. Tut mir leid. Das ist... Ich glaube, dass meine Stromkabel einfach nicht genug... Wie kann ich denn sehen, wie viel Stromkabel überhaupt da so wieder durchgeht? Wie viel? Kann man das irgendwie sehen? Aua. Äh. Aua. Hi, Luke. Das muss man noch irgendwie sehen können. Hier, komm, wer kennt sich mit dem Modpack aus? Wie kann man sehen, wie viel Strom durch die Stromkabel durchgeht? Angucken und dann obendrauf. Äh, oben steht doch dann was. Du gerade anguckst. Vielleicht steht es dabei. Mit Shift. Huch, nein. Ich wollte es nicht wegschmeißen. Scheiße. Was? 46, 11, ja. Wie viel produziere ich hier? Was ist jetzt los? Mann. Ich stecke fest hier. Voller Pack hier. Das war wieder so ein Sturkopfverhalten. Ich schmeiße das ganze Gravel durch die Gegend. Ja, das ist Galactic Science und, äh, hallo, Luca. Entschuldigung. Demnächst bin ich 4K. Ja, es ist... Ey, aber wie produziert so ein Generator hier? Kannst du mir das auch sagen? Wen suchen Sie im Inventar, Harst? Ich will einfach ein Werkzeug haben, womit ich das hier im Game angucken kann. Oder sowas. Ich habe hier den Cerning-Generator. Hier habe ich ja schließlich 1, 2, 3, 4, 5 Stück rumstehen. Die machen ja Strom. Und ich will wissen, ob das überhaupt alles über diese komischen Energy-Conduits drüberläuft. Oder ob ich sowieso viel zu viel produziere. Das ist meine Frage gerade. Also es gibt ja auch verschiedene Energy-Conduits. 40 RF normalerweise sagt Abe. Und wie viel macht so ein komischer Generator da aus? Warum fällt hier eigentlich Gravel raus? Weil ich den auch so weggeschmissen habe. Nee. Fällt Gravel raus? Die Ender-Io.